Sehr gut. Machen wir eine Blondine? Oder machen wir jemanden coolen? Keine Ahnung, das ist Bullshit. Fangen wir mal mit ihr an, die sieht ganz süß aus. So, Gesicht. Die sieht wahrscheinlich so minimal. Nee, das find ich nicht schön. Das auch nicht. Das sieht so ernst aus. Hmm. Ich glaube, das gefällt mir ganz gut. Sehr, 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 sehr. So, haut uch. Wir sind Jäger, wir sind schon draußen unterwegs. Deswegen sollten wir ein bisschen Farbe haben, finde ich. Alter. Wie sehen wir denn das alte Omi aus? Sehr schön. Frisur. Frisur ist wichtig. Ich versuche, wenn ich das Ganze sehe, ist ja eigentlich relativ hübsch, die wir hier drauf haben. Farbe würde ich noch mal kurz anpassen wollen. Ich mag es lieber, glaube ich, sowieso goldnes. Blond. Das sieht so platinmäßig aus. Ich meine, hier war doch das drauf, oder? Bin ich doof. Wird dumm. Ich kann rausnehmen. Die Helligkeit soll schon relativ hoch sein, tatsächlich. Wird zu rot. Wird zu rot. Das sieht ganz gut aus. Zu Frisur. Das ist zu Anime. Wow. Nee. Ich versuche, die ich auf meinem Charakter habe. Passt ja auch zu einer Frau. Ganz okay. Kurze Frau. Kurze Frau wäre auch eine Option. Oder wir machen so was. So eine Wuscheldame. Ich finde den Schwerteschwanz eigentlich ganz cool, tatsächlich. Sieht viel zu ordentlich aus für eine Lägerin, meiner Meinung nach. Das ist doch. Die Helligkeit kann was sein. Das ist natürlich alles doof. Oder ich bin doof, besser gesagt. Ich kann doch hier nicht sowas nehmen. Wobei, die können wir eigentlich schon, aber ich finde das irgendwie cooler. Ich kann doch hier nicht sowas nehmen. Ich habe den Verdacht, das klippt allerdings viel in unsere Waffe rein, die wir haben. Tatsächlich. Wirklich den Verdacht, dass die Frisur viel in unsere Waffe rein klippen wird. Diese Bobbe. Nehm ich dann lieber das. Augenbrauen. Vielleicht die nicht kacke sind, das ist mir glaube ich relativ wurscht, wie Augenbrauen aussehen. Sowas finde ich schrecklich. Uiuiui. Das ist so das Anime. Oh, ich bin ganz traurig. Ich bin ganz traurig. Nee. Ne, ich nehme einfach die. So. Stirnform. Nehmen einfach. Passt. Augen. Position. Beide Augen ändern. Augenbrauen. Ein bisschen dunkler würde ich die gerne haben. ganz dunkel nicht. Ich fände die Sättigkeit dafür ein bisschen hoch. So. Augenstil. 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 ernstil. Ordnern. Den Stil. Wirkung verändern kann. Einfach nur, weil die Nase größer ist. Ach so, krass. Mund. Yes, please. Yes, please. Alter Schwede, die ist behindert aus. Ort gibt's nicht. Make-up. Nee, kann ich auch mein Make-up ausmachen? Ohne Make-up. Dankeschön. Macht keinen Sinn, dass ein Jäger ein Make-up hat. Make-up 2. Ist das ja fucking ernst? Und mir ist das da. Sättigung hochdrehen? Hä? Ich seh da nix. Angeblich hat sie da Make-up. Make-up. Aber angeblich hat sie auch da Make-up. Irgendwie seh ich das nicht so, das Make-up. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Wie das Make-up. Ausdruck. Das ist einfach nur, in welcher Art und Weise sie bestimmte Ausdrücke von sich gibt, oder? Ob das noch mit dem ausgewählten Charakter-Modell passt. Hm, okay. Unterwäsche. Okay, aus so einem Grund können wir Unterwäsche auswählen. Es ist das Spiel, ich kann nix dafür, dass das jetzt hier so aussieht und rumgestöhnt wird. Die armen Menschen, die es vertonen mussten. Nehmen wir das. Stetigen Mund, Nase, Augen, Haut, Frisur, wir sind überall durch. Abschließen. Ja, sehr gut. Das ist auch jede geschlechtsspezifische Ausrüstung geändert. Achso. So. Untertitelung. BR 2018